Also sonst... Also ich hab... Mittlerweile hab ich den Durchschnitt von 3 Zuschauern. Dadurch, dass meine letzten... Dadurch, dass meine ersten Streams halt alle unter 3 waren, wird der allgemeine Durchschnitt aktuell halt noch nach unten gedrückt. Aber mittlerweile hab ich die ähm... drei durchschnittlichen. Also, das heißt, äh... Kommen Sie rein, Junge. So. Kommst du auch in den Chat, oder nicht? Ah, es hat nur in Ello gespeichert. Perfekt. Geil. Oh, Mann. Oh, Mann. Es ist gut, wie Christopher gemeint hat. Ja, da drückt man zweimal die falsche Taste, und dann beweist man sein Stream und der... Ja. Ja, das war nicht so geil. Das war nicht so geil. Das war nicht so geil. Äh, servus Maxin. Nice, dass du da bist. Alles fit. So, sammle eine Waffe von einem eliminierten Spieler auf. Das krieg ich, glaub ich hin. Schaffst du das? Ja, das sollte, glaub ich, möglich sein. Wenn jemand anderes einen Gegner eliminiert und wir die Waffe aufsammeln, zählt's auch? Das ist eine echt gute Frage. Das wirst du mal ausprobieren, ne? Oh Gott. So, äh, wo, wo ist unser Ort? Wo ist unser Ort? Da. Wie geht's denn so? Alles, alles okay? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Yes! Yes! Guck dir die Markierung an. Ja. Du bist genau in meine nur. Ah, das blinkt wieder! Krass! Es blinkt! Es blinkt wieder. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ja. Ey, das geht aber auch erst seit dem Update wieder, ne? Davor ging das nicht. Da haben wir es probiert und dann ging's ja nicht. Ja, ich habe es auch immer so versucht zu probieren. Ja, aber trotzdem ging's nie. Ich habe es jetzt mit dem Kabel gemacht. Jetzt blinkt's wieder. Ey, du bist so schlau, Alter. Uh, ne unwendliche Waffe. Pew, 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 pew. Ey, die ist ja am Anfang übelst overpowered, krass, ne? Wenn du die anfangen hast... Ich bin gerade einfach weggeschnitzelt, Alter. Er hatte keine Chance. Ja, ist... Du hast dagegen keine Chance, wenn... Wenn... Wenn jemand direkt als erste Waffe die Waffe findet. GG, Bruder. Ich suche Gegner. Wo sind denn die Gegner? Bei mir. Knock. Er hatte ne Waffe! Er hatte ne Waffe! Das habe ich gehört. Er hört sich. Das habe ich gerochen. Ah, Steps bei mir. Sorry. Sorry. Ich habe den einen vielleicht gepick-exed. Aber nur, wenn man es weiß. Danke. Nein. Nein, Digga. Ähm, warte, hier. Warte, ich sammel die mal ganz kurz auf, ne? Oha! Okay. Ähm. Ist das mythisch oder ist das legendär? Mythisch. Okay, dann, äh, zählt's nicht mehr. Bei mir steht da immer noch eins von zwei. Äh, servus Gamer-Zombie. Junge. Also wahrscheinlich müssen wir wirklich vier verschiedene mythische einsammeln. Oder dadurch, dass du es schon mal eingesammelt hast, das zählt's bei mir nicht mehr. Alles fit bei euch. Alles coolio. Ab nach unten. Ab nach unten. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Ähm. Gesundheit-Frage-Zeit. Das war ein sehr langes Sturmscheiden, da wusste ich jetzt nicht, ob das einfach ein sehr langes Niesen war, oder ein, da kam gerade jemand zu Türen rein. Das hätte ja beide sein können. So lange nicht du wieder sagst, dass mein Kotentroller sich tief verbunden hat, das war alles gut. Nee, das, 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 dann kommt das Klack mehrmals. Dann macht das Klack. Genau, genau, genau. Au, ja, so in die Richtung, weil, weil der Controller sich halt D verbunden hat und du versuchst ihn wieder zu verbinden und dann tut er sich aber wieder D verbunden, weil er leer ist. Okay, ähm, äh, also es, es geht, äh, aber dadurch, dass du die vorher schon mal eingesammelt hattest, hat es bei mir nicht gezählt. Also das heißt, keiner von uns darf den mythischen Gegenstand schon mal in der Hand gehabt haben, damit es zählt. Aha. Ich hab nämlich gerade auch noch mal sowas gefunden, aber ich nimm das diesmal nicht mit. Was ist das Shit? Crazy, gell? Und ich diesmal nicht von der MP einfach wegholen lässt? Der One-Shot vor allem? Aha. Aha. Wo sind die Gegners? Schafft ihr? Ja, ich hoff's, ich hoff's. Was schaffen wir? Einen epischen Sieg. Hast du den Titel nicht gelesen? Nee, Junge, es reicht doch schon, dass ich ein scheißes Jet bin, Alter. Auf fünf Kilometer Entfernung, Clown. Ja. Nee, 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 so einfach nicht, mein Junge. Ja, 27. Hey, tot. Traurig, Alter. Alle tot. 27. Weißt du, wer ich bin? Ja, klar weiß ich, wer du bist. Ich nicht, ist mir auch egal. Ich nicht. Sorry, hier muss ich nicht sein, ist mir ziemlich egal. Ach so. Natürlich. Ach, warte, ich muss noch eine Waffe von einem Spieler aufheben. Was vergessen. Hier ist doch noch irgendwo einer verreckt. Na, egal. Äh, Battle-Stufenaufstieg übrigens. Das ist nix neues von dir, also von daher. Ja, doch schon. Nee. Nee, nicht. Ich wollte eigentlich zu unserem Main-Spot hinter, aber dann habe ich da die Gegner's gesehen. Und jetzt fett. Ja, let's, äh, go hinter da, ne? Lebe länger als andere Spieler, nachdem du was? Irgendwas war da, 100 von 200. Was war da? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Hier ist ne Kiste. Ne Kiste. Zug! Er fährt in die falsche Richtung. Ne, ich merke. Ne, der kommt in unsere Richtung. Ja, aber er fährt in die falsche Richtung, nicht so. Hä, wieso? Der fährt, äh, wenn der hier ankommt, sind wir hier fertig und dann können wir zu unserem anderen Spot mit dem Zug da wieder hinfahren. Mann, ist doch chillig. Also, finde ich. Aha. Aha. Habe ihn angelutscht, aber du darfst ihn haben. Schreckt, Rönti. Wuuu. Okay, perfekt. Ich habe irgendwie vier Schüsse gebraucht, bis ich den Busch überhaupt mal kaputt geschossen hatte, weil der Typ sich da hinten dran vercampt hatte. Ja, Alter, als ich diesen, wie heißt der, Peter tippen wollte, habe ich auch erst mal fünfmal auf den Busch geschossen. Scheiß Büsche. Dein Bot hast du, naja. Ah, nee, du hast den Bot von der anderen Seite genommen. Sagst, bist denn du für den Verräter? Ja, tauschen wir jetzt Bots oder was? Nö, nur die Runde. Nur die Runde. Ah. Oh fuck, jetzt habe ich den Biggie verschwendet. Dank dafür. Oh Gott. Wie da einer hier durch die Gegend geschlichen ist. Ja. Gesundheit. Danke. Ist der Zug schon vorbei? Nee, der kommt gleich. Okay. Dann können wir hier direkt nochmal eine Kopfgeldjagd annehmen und müssen in die andere Richtung. Also scheiß auf den Zug. Vielleicht sind sie auf dem Zug. Glaub ich nicht. Ich glaube ja, die sind da oben. Nee, die sind auf dem Zug. Einer hat noch da hinten ab. Ich schaue mal auf den Zug. Der ist, glaube ich, geläftet. Der hier ist, ähm, also weiter geht nicht. Gott, oh Gott. Hab einen hier. Blue Spot töte ihn. Okay, jetzt ist er wieder Blue. Blue. Nock, danke. Okay, einer fehlt also noch. Ja, der bei mir. Ah, der hatte Krone. Kriegst du den bei dir? Das ist schwierig. Ich habe halt kaum HP. Ja, doch mit Auto. Ja, ich höre es. So, noch entscheiden. Komm, lass ihn durchziehen. Nö. Der kommt doch eh wieder zurück. Na, der Pump mit, mit einer Pump mit Zielfernrohr will ich nicht, Digga. Äh, hier liegen drei Biggies, falls du brauchst. Wie, ich will den Tresor, den Tabu. Ey, der ist zu. Was soll'n die Scheiße? Ja, natürlich ist der noch zu. Nein, die haben sich gerade eben geöffnet. Hä? Der ist verschlossen. Mit so vollem Scheiß. Muss ja mal, äh, sein. Aber ich bin auch gleich wieder weg. Servus. Nice, dass du da bist. Ähm. Stream vorbei, oder streamst du noch weiter? Aha. Da hinten ist ein Huhn. Ja, schade. Hätte ja sein können, dass ich treffe. Stream noch. Auf jeden Fall viel Spaß noch. Irgendwann in die Richtung sind Schüsse. Ah ja, ich sehe sie sogar da hinten. Also meine Runde startet. Bye, bye. Viel Spaß noch. Tschüss. Da, 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 da. Lass auch noch ein paar Gegner für mich übrig. Ja, ich kreffe gerade eh nichts. Also alles wie immer. Oh Gott. Nur Frechheit. Täh. Ja, ja, ja. Ja, Jürgen, sterb doch nicht. Was ist los bei dir? Der war clean. Aber ich muss seine Karte noch einsammeln. Ah ja, Junge, was ist mit ihm los? Das hat doch der Tracht jeden Schuss. Ja, das Problem ist, dass mein Bot uns wahrscheinlich versucht runterzuschießen. Oh, 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 Digger. Oh, oh, oh. Was kannst du eigentlich haben? Oh Gott, was war das denn? Ja, mehr Glück kann man nicht haben. Das ist ein scheiß Bot. Digger, hier sind so viele. Da ist ein neues Ziel. Ey, Digger, ich verpiss mich. Ich geh mal ganz schnell weg hier. Hä? Wo kommen denn die Schüsse her? Bist du markiert? Kann das sein? Ja, shit. Ich hab keine Ahnung. Übrigens, danke nochmal für den Follow. Ich, ich war eigentlich nicht markiert. Ich hab dieses Markier-Ding gesehen, Bot. Ah, Digger, wo kamen denn die Schüsse auf einmal her? Von oben? Ja. Weißt du, was die Kacke ist, wenn ich auf, ähm, über die Playstation stream? Hm. Ähm, ich hab keinen Alerts oder sowas. Also, ich krieg's nicht mit, wenn irgendjemand reinfolgt, wenn irgendjemand was spendet, wenn ein Raid kommt oder sonst irgendwas, weil die Playstation ist halt einfach nicht unterstützt. Das heißt, ich muss eigentlich dauerhaft nach rechts gucken. Äh, das seh ich immerhin mal, ähm, wenn jemand reinfolgt. Aber den Rest krieg ich wahrscheinlich nicht mit, wenn's nicht in den Chat geschrieben wird. Das ist doch kacke. Ja, ich könnt, ich könnt's immer umbilden, könnte ich die Playstation auf meinen PC schicken und könnte dann so meine Playstation streamen, aber dann hörst du mich nicht mehr. That's the problem. Oder der Chat hat keinen Sound. Beides bisschen blöd. Beides doof, ne? Ja. Vielleicht krieg ich das irgendwann hin, wenn ich ein, ähm, wenn ich ein gescheites Mischpult hab und das so einspeisen kann und so, aber. Ja, aktuell ist es noch ein bisschen schwierig. Aber so geht's doch auch, oder Leute? Solange alles passt und ich guck ja auch echt oft nach rechts und guck, ob irgendjemand irgendwelche Benachrichtigungen da sind oder so. Und dann sollte das doch alles fit gehen, glaub ich. Ähm, Kitty war übrigens gerade im Chat. Das krieg ich ja auch. Das krieg ich ja. Hallo? Hallo? Warte, den hab ich auch. kann ich das so drauf bilden ein dreieck kitty war gerade im chat und hat den follow da gelassen der streamt auch gerade Valorant falls ihr darauf Bock habt könnt ihr auch gerne bei ihm vorbeischauen seine Valorant streams sind auch immer ganz lustig die sechs leute die im stream sind könnten auch einfach mal was reinschreiben das stimmt keine scheu davon davor irgendwas im chat zu schreiben gerne fragen Anregungen, Wünsche alles einfach rein Schlaganfälle bitte für euch die habe ich genug am Ohr die ganze Zeit Oh Gott Interessante Schlaganfälle im Ohr Ja, ich höre die ganze Zeit deine Schlaganfälle Oh Gott, oh Gott, oh Gott Ich habe wieder eine Banane Und wieder eine Schusswaffe Yeah Tchuu 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 Ah, ich höre du hast auch direkt schon Gegner bei dir Naja Oh, die ist scheiß gewesen Ja, dann Bam, bam So, die Banane fressen, damit ich schneller bin Ah, dann kriegt man auch Das ist auch eine Aufgabe dreimal so eine Banane fressen Siehste So lauter Sneaky Peaky Aufgaben die man so gar nicht auf dem Schirm hat Opfer Oh, die Schütt Eine Banane Das war nicht allzu scheiße Der hat editiert, Allah Darauf war eigentlich nicht vorbereitet Darauf war eigentlich nicht vorbereitet Ja, warum editiert der auch, Junge? Äh, bei mir sind zwei Ja, äh, ich brauche noch eine halbe Stunde, warte Oh, der hat die unendlich Schusswaffe Ich habe halt 50 AP Auch nicht gut Da ist ein Matkit Oh Gott Oh Gott Fettfinger des Todes Alter Aber ich habe es geschafft Super Drei Kills Yeah Hey So, die mythische Waffe hier mal aufheben Hat nicht gezählt, weil Sie schon einen Gegner in der Hand hat, oder was Danke dafür Äh, eine Maschinenpistole sollte ich mitnehmen Sonst kann ich meine Aufgabe nicht schaffen Wäre, glaube ich, ganz sinnvoll Bam, bam Neh, nehme ich lieber die dann Auf Farbe Kommen wir nicht Ne, ist sinnüberbewertet, ne? Ja Finde ich ja auch Hier war schon jemand fett am Looten Aber die Hälfte vergessen Was hier? Auch okay Ich weiß Komm ich mit klar Ich lasse immer den Gegnern gerne was übrig Sehr nett von dir also Ich finde es immer scheiße Wenn man in den Nord reinkommt Und alles gelootet ist Und alles ist gelootet Ja, das ist doch kacke Warum lassen die Gegner denn nichts übrig? Ja, ist so Lassen wir mal so ein paar Goldene Skars Goldene Pumpen Können so verliegen Vor allem die Goldenen Skars Ja, ja, ja Die VIP Skars, ne? Ich lasse extra vom Admin die rein wieder machen Nur da gehört, dass die die liegen lassen Extra vom Admin? Geil Ah geil, du bist so klug Was willst du denn jetzt von der Seite? Oh, da kommen ein paar Gegner Viel Spaß beim Sterben Warum sind die eigentlich keine Gegner? Hey Jürgen, wie viel leben willst du denn noch haben da hinten? Der Zweier Pumpen hat gereicht auf Entwärmung Okay, geil Aha Du stirbst jetzt mal direkt Danke dafür Ups Wo sind die anderen? Oh ja, oh Ja, er gibt es ja Ja, und ich kriege Schaden halt So, jetzt habe ich meinen Maschinenpistolen Schaden Ja Entschuldigung, ich habe dich jetzt jetzt Was ist? Nein Was hast du schon wieder gemacht? Digger Nix Warum kommst du jetzt im Auto? Guck mal Digger mal ein Du hast einen Bot Im Auto Der Bot chillt da mit drinnen Hä? Und ich habe die ganze Zeit Southpacks raus Ja, ich kann nicht einsteigen Weil der Bot da drinnen chillt Ja Ja, der Bot tötet ihn Bot tötet ihn, los Ja, und er rennt durch alles durch Er kriegt einfach alles Komm Bot Nein Achso, anderer Bot Okay, ist auch in Ordnung Ja, Bot bleibt Bot Oh Mann Ich hätte gerne Snipper Ich hatte schon lange keine Snipper mehr Gibt's die noch? Ja Ich frage für einen Freund Jawohl Oh, guten Tag Dir ist fast auf deinen Kopf gefallen Snipper Snipper, 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 Snipper Nee Ich finde einfach keine Snippers Ja, zurecht Du hast sie einfach nicht verdient Halt's, Mull Ich hab sie mehr verdient als du Der Ja, komm, Alter Erklare da wirklich alles Oh, gosh Geht ja nix dafür, dass du die dann abbaust Genau in dem Moment, wo ich Ja, natürlich Genau in dem Moment, wo ich anfange zu schlagen Rennst du da rein Ich stand da davor schon in zwei Sekunden Ja, 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 ja Hätte ich jetzt auch gesagt Ich hab überlegt, ob ich die Spitze da raus bin Aber dann hab ich das Tücheln abgemacht Deswegen hab ich das gelassen Deswegen bist du einfach nur noch schuldig gerannt Ja Achso So geht die Meter heutzutage Andere die Drecksarbeit machen lassen Natürlich Für was hab ich denn sonst nicht? Snipper Und dann gleich ne lilanne mit vierfach Zoom Alter Besser geht's ja kaum Meiste mal muss ich nur mal beschweren gehen Äh, irgendwo rechts von mir ist Amulett Oh ja Amulett Die Frage ist, äh, wo? Vielleicht bei den Bots oben? Ne, ne? Ne, wahrscheinlich nicht Ah, auf der Brücke rennt einer Oh wow Oh wow Ich hab auf jeden Fall getroffen Oh, sorry Hallo, was soll die Scheiße? Sorry Ich hab diese Scheiße Drecks dem her Gehabt wieder Ähm, da kommt noch einer Von da Vom Fluss unten Äh, wo kommt der jetzt? Äh, one shot, one shot, one shot, one shot, one shot Okay Okay Ich hab sogar extra nachgefragt Ja Wow Ja, der hat mich, ähm Der hat mich mit den Eisdingern gut, äh, gut gelasert am Anfang Guck mal, der redet mit deinem Bot Was auch immer er versucht Bavia Ba, 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 ba Aber ich hab ihn noch echt gut gelasert dafür, dass er mir so viel Schaden gemacht hat Aber er hat halt auch gelasert oh gott wie lange will das denn noch suchen 3000 ja die frage ist echt denkst du wir schaffen heute epischen noch glaube ich auch nicht dran also wir haben immer ganz gute killrunden aber vom sieg waren bisher noch immer relativ weit entfernt ja obwohl bei der runde ohne stream war nicht ganz so schlecht das stimmt kannst du auch mal pubg spielen gerne irgendwann pubg ist gibt es ja auch auf handy geräten ja why not na kommen wir jetzt war ja mal dadurch niklas pubg mobile ich glaube das habe ich früher mal gespielt noch bevor ich fortnight gespielt habe das war so mein fortnightersatz ich muss immer noch so ein scheiß wahrsager back benutzt jungen schaffern sehen sie die scheiß drauf träger an oder obenh physical at tap wow bail paths back bad 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 da muss ich schienen und hier ist nix drin perfekt und hier ist holz an der kann okay ich dachte gerade schon dass ich oben in mein haus reingehen einfach keine einzige waffe finde ich weiss aber nicht von wem ich halte ich halte spott teils guck mal du holen sohn du heilst sind bot das ist ein setter nämlich nicht so behindert geschossen was auch immer ich jetzt abgeschlossen habe heile einen gegner ich habe ein skin bekommen also heile einen gegner mit einem softpack ja natürlich das ist die aufgabe die ich jetzt geschafft habe auf jeden fall war es wirklich eine aufgabe ja also bei vorne glaube ich mittlerweile alles die die lassen sich sonst jeden scheiß aufgaben einfallen ja gott aber dann dürften sie sich nicht mehr beschweren wenn man einen einzigen der erste stren die 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 unwichtige nachricht und würstige bach ist er ist ja keine zeit freundes wichtiger ich verstehe ich auch ich verstehe oh man ich komme rüber nicht kaum trotzdem deswegen komme ich ich sehe nur dass der bot über die klippe springt typisch so das hier wird mein bot oder hast du deinen jetzt schon hast du den bot von drüben doch nicht genommen oder warst du noch gar nicht drüben hast du denn geraucht das darf ich nicht sagen ja deswegen darf man das im stream doch wahrscheinlich trotzdem nicht so offensichtlich sagen wenn es warum davon groß nicht sagen also ich glaube also ich glaube dass das wort davon schon sagen habe ich glaube den zusammenhang nicht oder dann wird der stream mal irgendwie vielleicht ab 18 oder so keine ahnung ist doch nicht was raucht jetzt 1 mal jungen wenn ich wenn ich wenn ich einen strike oder sowas bekomme du du bist schuld du zahlst die rechnungen du wolltest mich im stream haben ich glaube ich habe schüsse gehört ja nein nein alles meins und er fällt dabei die klippe noch runter also wir sind im selben moment draufgegangen junge du kleiner stila als ob du den wirklich noch geklaut hat das war ehrenlos ich habe hier noch zwei andere getötet hier waren drei leute drin okay warum 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 schießt der er hatte kurze probleme dein bot blockiert mich ja zurecht man so ja dann gehe ich hier wieder zurück na viel spaß ja tschüss ja ich öffne noch den tressor macht das viel spaß beim tressor die 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 habe ich mit dem bot bam 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 ja gerne mit dem bot der zählt auch im tressor der kriegt auch heilung ab party party ich guck mal ob hier wieder dieses ding ist wo wir gegner töten müssen bei berger chamber uh Minor Gambit du bist den versteht du bist mal die der ist der guck die okay kein ding wo man irgendwie mal gegner verfolgen kann dann wieder ab nach franzi gell franzi franzi bist du dabei franzi 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 ja dazu kommt gleich und aufnehmen auf den zug sind keine ist kein amulett ich dachte gerade kurz auf den zugehren amulett zug zug gegner hat die sipline richtung franzi fahren hier müssen wir töten das weißt du schon hat neunzehner von mir 27 und runtergefallen one shot absolut one shot noch einer einer noch ich habe mich getroffen der dahinter im stein hat ganz gutes der eine kommt hier rüber der will stresste einer die sich wollte der ist tot hier direkt tot bekommt er wieder ne da kommen neue ja er ist übel slow kurz kurz heilen von hinter mir ok perfekt wo auch immer die herkam ich gelobby ok ok hat ich muss aber warte mein mein rucksack steht ja direkt hier da ist was zu trinken drin weil ich so klug bin ein spray ein skin und fünf battle sterne bekommen krass gell so dann kann man das ja mal kaufen kann das hier einmal kaufen und dann dann fällt mir nur das genau seite sieben schaust kaufen und dann kann man das halt doch weil du es nicht kannst ich habe mir auch rausgekauft aber nur eine sache was hast du ja ich habe mir zwei sachen gekauft keine ahnung irgendwas wo du noch nicht kaufen kannst so ihn dein mull junge also ich könnte mir mittlerweile alles auf seite 8 kaufen aber ich glaube die hast du schon durch oder was ich habe alles bis auf seite 11 durch ah seite 11 schon krass ich kaufe alles immer durch komplett seite 11 und da brauche ich noch 6 battle sterne das geht ja voll bis zum bis ende mai haben wir noch zeit ne für die sechs bilder für die sechs es geht ja easy fit ab geht ja easy fit hi i'm fine and how are you servus good thanks und dann kann ich nochmal hier den hier machen äh where are you from i'm from germany and where are you from oh nee das wollte ich nicht haha elo so schrotflintenkopfschuss nice to meet you nice to meet you too from uk nice was beleidigen war nicht so in ordnung nee haha äh do you stream daily ähm not daily no ähm only when i have time but i äh das englisch beleidigen ist auch nicht genug nein auch nicht gegeben ähm was heißt was heißt ähm ich versuche jeden tag he tries every day yes he is a shithead he is a shithead he is a little he is a little äh i have an offer may i share it ähm aber fick dich mit deine scheiß tricks scheiß offers alter piss dich ähm ich ziehst du in dein scheiß land zurück tschuldigung keine rassistischen äußere nur anmerkungen sooo wenn du jetzt irgendeine scheiße schreibst du gebannt äh wenn du ähm write something stupid you're banned from the server haha haha i am aber ich muss i will ähm read it in a second in a second in a second grund nerv shit head äh unter mir ist ein gegner irgendwo tschüss gegnazt 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 ich konnte gar nicht lesen was er überhaupt wollte ja ich hab doch gesagt er soll keinen scheiß reinschreiben zack ist er weg ja du wusstest doch auch nicht was er geschrieben hat doch doch du wolltest so ein scheiß grafik zipsi sein die alle zwei sekunden in den stream reinkommen ja nice ja ich hab meinen pump hat schon geschafft oh ja ich auch bei einem genockten gegner ich auch easy no problem no problem oh god siehst du solche mods brauche ich die auf den stream aufpassen dass da gegner dass da keine scheiße passiert über mir überst du ja ich glaub die versuchen sich grad hier nach unten zu bauen gar kein problem ich regel das und dein fuß ja gut haha auch ok naふr www bam 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 meinst du mal so als frage vielleicht kann der chat mir das beantworten ähmhm meinst du es gibt leute nein die als Hobby so Übrchen videoschnitten machen ja aber die wollen geld davon haben und ja das letzte point die das halt jungen keine außerdem machen das freiwillig was war der letzte satz die das halt für umo machen würden ja keine ahnung um leute gesagt oder eine schwester um leute kleine leute zu unterstützen und die schwester und die macht auch keine zeit mehr und das ergegnet da drüben ja aber ja die kommen rüber ja schaffst du i don't think so mann mann kann nicht mit dir reden wenn du kämpfst ja sorry 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 einer noch bei mir beschweren wenn ich mal auf kage um bisschen auf whatsapp zu chillen ja weil ich gern nicht afk ja trotzdem ich bin ja ich bin ja ich bin ja das war sie das gleiche ich kann nicht mit dir reden doch aber ist aber ich verstehe deine anspielung nicht nicht mit dir ich verstehe deine anspielung einfach nicht was du mir anspielen what are you thinking of what are you thinking of keine ahnung was du mir damit sagen willst digga tja junge alter du kannst richtig gut englisch kann ich sagen warum nix das hast du gesagt ich hab genau das gesagt was du mir gesagt hast nö hast du nicht das ist ja ein joke verstanden ja ne habe ich ja nicht ja sag halt noch mal vielleicht verstehe ich es dann we are thinking we are thinking what are you thinking of eigentlich klar ich glaube ich verstehe so ein bisschen glaubt du bist geistig ein bisschen angeschränkt aber ja das auch aber das wird ja das ist ja schon immer so eben sag mal greis du solltest sagen und nicht machen mit deinem gesicht danke gegner 2 bei dir also dann komme ich nicht botze mir egal lass mal in ruhe der ist super ja böse botze mir egal ich hole mir auch nur eigene was sieht man fort jetzt auf gegner gegner hat ne auf hühnchen hallo ich habe gegner gehört hallo ich habe hühnchen gehört hier ist nichts passiert 98er von mir ja okay dann muss ich mal ja dein bot wirft ein paar granaten rein und macht keine ahnung was schießt mal das kaputt schließt es einfach mal kaputt die wand hat sich da hinten dran die ganze zeit gehalt der typ hat ihm halt nichts gemacht ne ja so gar nichts hat ihm nicht mal schaden gemacht babam gekrabbelt ja 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 wo schießt denn der jetzt hin sorry bau aber du hast erst mal die nachrichten gelöscht und hast ihn dann gesperrt oder hast du ihn gesperrt und dadurch hat es die nachrichten automatisch gelöscht ich habe ihn nur gesperrt okay dann löscht es automatisch die nachrichten wenn du jemanden sperrst ja kann ja ganz praktisch sein ne könnte sein dass er fürs ganze ding gesperrt ist ich habe nur auf sperren gedrückt ja wahrscheinlich das ist wahrscheinlich wie so bannen wahrscheinlich ich muss doch und dann gibt es so entbannungsanträge was ich ehrlich so machen kann ja und dann können leute die ja die ja sachen schreiben die ja auch timeouten können oder so ne ja wahrscheinlich auch nicht ja dann gibt es so eine seite dann wo man entbannungsanträge stellen kann und die kann man sich dann irgendwann einmal durchlesen das habe ich noch mal gesehen ich finde es einfach mal wer ist zu bestand ähm bei Maxine aus bei Maxine benutze ein timeout versetzen ja timeout das ist doch wahrscheinlich besser so ah dauer drei stunden tschüss okay also es geht auf jeden fall ja aber so genau habe ich es nicht durchlesen gehabt ja ich habe sperren gelesen und drauf damit ja alles easy du hast ja zu ihm gesagt wenn er scheiße schreibt wird er gebannt hat ja gepasst hat ja gepasst wirst du bestand der name kommt mir bekannt vor äh ja das ist mein zweiter mod account achso deswegen sind so schlimmste nö der mod account zählt nicht nicht ja warum nicht weil das quasi es ist ein account aber der läuft nicht direkt über ähm über äh der ist quasi nicht über twitch angemeldet sondern über so eine modseite äh über eine quasi ne quasi ist es so ein kleiner bot würde ich sagen ein bot der hat nichts kann der hat einfach da ist mit dem könnte ich verschiedene sachen bestimmt einstellen aber da habe ich noch kein auge für gehabt da oben fliegt einer flugzeug da 61er stützt ab ich glaube ich 28er nochmal von mir 28er white ich bin one shot by the way ja ich weiß äh bot komm zu mir rette mich jetzt bot du holnsohn komm her ich habe ihn viel leichter bisschen in der luft gelasert du hast du nur jetzt wieder für eine medaille unter ich hab die einfach mal aufgesammelt ich hab keine ahnung was sie macht lass mich kurz nachgucken aber wenn ich ähm gegner töte kriege ich wieder heal oh das fragt dich das stimmt deswegen habe ich sie mitgenommen und vor allem der gegner war alleine in die richtung sind auch weitere medaillen let's go mit löst auf geht's tschuuu bisschen heilen bevor im krieg ne 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 brauchen wir nicht lagerfeuer okay da macht es lagerfeuer du junge mein bot hat das lagerfeuer gelöst äh zipline irgendwo rechts von mir ja so vor mir irgendwie unter mir direkt unter mir ein häker jetzt ist sie weg direkt unter mir war eine zipline ein häker ja anscheinend super die runde kann ja nur gut werden ja ja hä wie kommt es sonst dazu dass direkt unter einem ne zipline ist magic ha 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 ja ja hier ist immer noch die medaille ne irgendwo da vorne würde ich sagen würdest du sagen würdest du sagen ja ich glaub der schießt auf dich ne ne ja er ist low hab ihn schön ich will die mp haben dann komm ich zurück lass mein bot mich heilen lass mein bot mich heilen mein bot ist rot weil ich tot bin weil der gegner gefinisht hat ja ja ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß hab ich mitbekommen ja ich wurde von hinten gesniped mit einer goldenen sniper ja na klar ja ey ich geh von hinten gesniped ey wieder richtig ekelhaft das waren wahrscheinlich die mit der medaille hehehe wie ich zu dir gesagt hab wie ich zu dir gesagt hab kommt rein hmm Gott Gummibärchen lieber mir sind gefährlich komm schon mal jetzt wirds besser da 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 das und das 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 mode für den digga du hund ich finde es nicht schwitze auf lebensseite ich finde es nicht und los geht's ich finde es nicht das war ein frosch ich finde es nicht ich finde es nicht was suchst du denn was suchst du denn ich habe es nicht gefeindet jetzt auf der ersten seite wahrscheinlich perfekt das wäre es sterb 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 er stirbt nicht er stirbt nicht der mit der krone stirbt nicht mach ich ja mal wo wir raus müssen und sagt bescheid ich suche noch suchst du immer noch dein scheiß emotiver ich habe sie gefunden 5 3 2 1 schlecht er hat das ist nicht gut aber das ist ja ein problem ich bin dezent zu tief und ich sehe ein ganzes team das mit uns landet vielleicht waren es auch zwei ok es sind zwei ich sehe gar kein team ich mache die augen zu ah das ist die meter das ist die meda jetzt habe ich es verstanden ich habe schon zwei gegner ich habe noch gar kein gegner gesehen kaum davon habe die augen zu jetzt habe ich drei gegner und hast du immer noch kein gegner gefunden oder soll ich dir mal nachhelfen zum gegner in deinen muhl schubsen ach ok hat schon geklappt aber das ist jetzt ärgerlich weil er hat einen disconnect und ich ne punkte mit der ziffern und er hat zur party verlassen weil er hat ein disconnect das opfer kind ja schade noch zwei echt gut geholt dann müssen wir den jungen mal wieder in die party einladen damit er mal wieder mitspielen kann weil internet probleme sind nicht gut bei ihm ich habe die gegner noch fast geholt die du dich getötet haben 22 habe ich getötet und dann hat der dritte mich leider getötet bap 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 b wir brauchen andere spiele irgendwann mal die frage ist halt welches bei mir ist es leider zehn sekunden also leider innerhalb von zehn sekunden nachdem du gegner getötet hast deine waffe nach ja du hast leider kein pc und es könnten wir voll die meisten pc games zusammen weil ich auch überhaupt auf dem pc spielen ja also es macht schon bock ich habe letztens wobbly live gespielt hast du es gesehen habe ich gestrebt aufgefallen ist ich schalte mal für alles die benachrichtigung stumm kennt du aber du kennst wobbly live wenn du mir nochmal sagst was es ist wahrscheinlich ja du bist ein kleiner gelber dude auf so einer karte kannst multiplayer spielen und kannst halt verschiedene missionen machen und zeitungen austragen geld verdienen und so ah ja ja das kenne ich ja 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 genau und ja das habe ich das habe ich letztens gespielt mit meinem cousin alter es war so geil auf dem pc das spiel werde ich jetzt demnächst wahrscheinlich auch öfters mal spielen weil das ist schon ein das spiel so eine banana kollege du wolltest es aber auch wissen ja die hier die wollen alle übelst viel stress freundschaft schließen meinst du ja ja und hast dir einfach und ich dachte freundschaft geht mit liebe und nicht mit hass aber vielleicht weiß ich das auch einfach nur falsch kronenkugeln der liebe der herz ist so naja dann habe ich das immer falsch bestanden ja und jetzt habe ich ja nun gebracht es tut mir leid dass der niklas mir das nicht früher gesagt hat leid dass mein teammate so geistig eingeschränkt ist als mal ich höre ich höre hoch mir wurde gerade ein tipp angezeigt in diesem tipp stand so lange du den wasser bändiger also dieses kohle item wo du spämen kannst im inventar hast wirst du im wasser geheilt wort ja ich stand da gerade als tipp wo ich es aufgesammelt habe als tipp oder als tipp das kam einfach so aufgeploppt links hast du hex an ja die tipp hex das ist eine mod die kriegen spieleentwickler die kriegen quasi nur die entwickler von fortnite da kann ich dazu und deswegen kann ich das deswegen habe ich das aber das item haben die ohne dass ich davon wusste das haben die ohne dass ich davon wusste gemacht und deswegen ist es quasi auch für mich neu sagt der der in elbema wohnt alter pssst das ist nicht weiter ausgeführt habe ich zurückgehalten ich habe mich zurückgehalten na muss ich auch mal zurückhalten können ja muss man auch mal oh ja da können wir ein kopfgeld annehmen letztes da ist ein luddruck aber irgendwie 2000 km weit weg oh die gegner sind irgendwo hier oh ok scheiße ich habe mich festgefahren ja opfer gegner wo seid's denn ihr wo lauft gehen wir sind gerade alle im kreis hä hä ich habe einen schuss gehört der auch ah hier bei mir haben wir ein paar angeflogen wiii hooo guten tag man er hat versucht zu bauen das muss ich ihm lassen mhm was war das mit stilen ich habe ihm ein 96er headshot gegeben ok ja und ich habe ihm ungefähr genau so viel vorher da liegt ein bing bing mhm 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 ja die erste war das nicht die 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 erste während der runde die erste während der runde ja und ich darf die die gegner waren tot ich darf jetzt darfst du noch einmal in der runde eine nachricht verschicken ja ich stelle mir dritte nee banana 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 auch nur scheiße scheiß auf umwelt schaffe mir noch jemanden umzufahren wo unser tankler geht ja und der nächste ja schade das habe ich oh ja es hat nicht gebaut perfekt so läuft super wo ist ein busch ich will in den Busch komm zu Niki ja braver Bot I'm ready to Rambo mein Boot hat mich geredelt 23 weit in der Luft und hinter mir war einer ach f*** dich doch die haben einen Bot getötet ich kann mich nicht heilen ah nein Bot kommt zu mir der Bot ist einfach Lebensretter alter mein Bot ist hab mich wieder geheilt Junge 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 ich kann nicht mehr das war zu viel Aufregung und das sind noch mehr Gegner willst du mich verarschen kann er jetzt endlich mal eine gescheite Pumpgun haben ja natürlich nicht wenigstens konnte ich meine Waffen wechseln und dass ich die nicht alle nachladen muss ey hier waren mir gerade zu viele Gegner ich sag wie es ist aber das sind doch noch Gegner 42 hab ihn ach Gott lief mir ich heil mich auch irgendwie nicht ich schwör hättest du deinen Bot nicht ey hättest du deinen Bot nicht ich komm nicht auf die Idee mich zu heilen ich check's nicht Junge jetzt lass mich doch mal in Ruhe so ich hab mich mal geheil ja guck mal sobald ich in der Nähe bin fangen die an nur noch auf mitzuschießen doch die ist praktisch für dich ja ich weiß nicht so recht also für mich ist es sehr unpraktisch und dass ich dann tot bin ist für dich ja ich wollte gerade sagen du stirbst doch immer sobald die anfangen auf dich zu schießen aber die sprayen dann immer nur auf mich rein wenn ich in die Nähe komm dann hab ich irgendeinen Triggerpunkt und dann wollen die mich töten ja ja hey ich wollte gerade sagen Junge wenn du jetzt wieder Gegner sind ich schlag dich ich hab doch Hühnchen extra gesagt vor allem meine Pumpgun hat immer noch ein Zielvisier ich hab ne graue Pumpgun ne 3 Schuss ne ich hab ne blaue die voll ist ja auch nicht aufzuregen aber ihr habt ein scheiß Zielvisier ey Junge willst du mich verarschen wo kommst denn du jetzt schon wieder her darfst du es allein oder ja alter gut jetzt mal hinterm stein sich anschleichen oh ja der hat ne snipper dabei da ist ein Biggie falls du mitnehmen kannst ähm ja kann ich mitnehmen so dann spiele ich halt mit der Pump alter wenn sonst keiner ne Pumpgun dabei hat irgendwie hat keiner ne Pump dabei ne ja ja ich hab jetzt inzwischen ne grüne normale hör immerhin krasses Bugreide ich höre Schüsse in deine Richtung warum hast du eigentlich ne Krone weil es kann weißt du es stirbt ja ständig aber hauptsache ne Krone du hast mich noch kein einziges mal hochgeholt das halt zwar ja aber ich hab dich immer verteidigt das TenBot Zeit hat du dich hochzuholen ja also wo ist das Problem oh Gott so machen wir die 30 voll würd ich sagen ja ich hoffs doch schaffen wir die 40 ne schaffen wir nicht mehr ey 30 kills wär schon echt krank ne und stell dir vor das wird noch n Win das wär interessant dann geh ich offline das geht so oder so nach der Runde offline aber egal ja ey das wär schon krank das würde ich mir auf jeden Fall clippen und als Highlight hochladen kannst du das clippen ja ich kann 30 Sekunden Clips erstellen aber ich renne das aus dem Stream einfach raus ich mein ja du musst es aus dem Stream klauen ja ja ich klau es mir aus dem Stream dann ähm irgendwo vorne zu seiner mit Medaille mit roh und roh und roh ich will da rechts auf den Berg eigentlich ich will hier links auf den Berg okay tschüss bitte sterb nicht chill doch doch hatte ich jetzt eigentlich gegner ich würde ihn halt schieß ihn ab schieß ihn ab ich hab kein Zielvisier bisschen schwierig ja 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 genau ähm ich wär dir sehr dankbar wenn du ihn abschießen würdest ja geht nicht wenn ich gegen den anderen Gegner kämpfen muss der auf einmal in mich reingesprungen kommt ja ähm schade es war ne echt stabile Runde bis äh zu dem Punkt ja ja da hast du recht ja schade ja schade so du gehst jetzt offline yes okay dann Leute danke fürs zusehen schaltet im nächsten Stream wieder rein der keine Ahnung wann sein wird irgendwann die Woche auf jeden Fall bis dahin haut rein ciao ciao ja